Jiiiiiii Herbus auf die motif ja Fensterfluss! Hinten aber Fensterfluss. Zur Landung! Zur Landung! Nach wie? Nach wie? Mein Kollege, der ist doch sehr stark und ich fühle mich schon, hier noch hinzubringen. Und wie? Untertitelung im Auftrag von FDR 2018 Drei 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 Oh Gott, ich bin besoffen. Hallo und Herbus aus Wien. Unser Hotel ist gleich da hinten. Eine kleine Eifelgung. Naja, gleich. Ein Hotel in Vienna. Total langsam, bitte die Damen. Naja, jedenfalls machen wir uns jetzt fertig und dann geht's Sachertorte vielleicht essen und dann nach Sissi zu Schloss Schimmel. Das alles in 5 Stunden. Und heute Abend guckt ihr unten im Garten. Ja, alles heute Abend und morgen auch noch. Naja, bis dann. Und nochmal die schöne Aufsicht genießen. Jolly lässt mich nicht auf ein Konzert gehen. Die darf. Die. Sieht man das in der ganzen Opa Wien? Da ist die Jolly. Hier bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich. Die Jolly immer noch. Ich versuche irgendwie ein Bild zu machen. Das ist sehr windig. Wind, Frisur, sitzt einwandfrei. Das ist wie nach Stachsoper. Hier ist hoch, hallo. Hallo. Hier ist so hoch. Die Original Wiener Sachertorte. Jetzt essen wir die leckere Sachertorte. Ich natürlich Sachertorte. Okay. So, dann guten Appetit. Und��. Es ist ja lecker. Oh. Ist immer lecker. Waaah! Und jetzt sind wir in der Kampferbrunnen. Wir fahren jetzt ganz zum Schloss Lofen. Ein sehr kleines Schriftlein. Wo ist die Auffassung? Ich schreie zu den Tests. Ich schreie zu den Tests. Oh mein Gott, das ist so schön. Oh mein Gott! Hier fehlt irgendwie das Bailkleid. Supsi! Jena! Ich schreie zu den Tests. Warte! Und die Lichtstrahlen der Sonne Ja, das ist Sonne Nicht die Sonne Wir sind da im Schiff Wir reiten jetzt auf die Ober Wir hoffen, dass wir nicht anstehen müssen Ein Wiener Schnitzel-Esses Jetzt sind wir Kegelmühler Und die größten Wiener Schnitzel In Wiener Schnitzel In Wiener Schnitzel Wir warten bis wir reiten Ich hoffe mal, dass das Schnitzel auch uns wert ist Das Warten Der Schnitzel, der aussieht wie eine Riesenpizza Durchgeschnitten Okay, und der guten Apicee Lecker Und, und Lecker Du weitest und schön Wenn wir nicht Und Und